ja ihr seht meine refactory wand hier sieht mittlerweile recht hübsch aus und mit den behältern die ich jetzt hier zusätzlich habe blende ich auch noch euch auch noch mal ein von der rhein nervt aquaristik bin ich äußerst zufrieden funktioniert sehr sehr gut und ich mache einfach mal die andere seite auf weil wir kommen jetzt zu dem part warum mein becken innerhalb von 30 minuten wieder kristall klar ist und ihr seht da hinten einige haben es natürlich auch schon mitgekriegt weil ich das gerät tatsächlich schon als produktvorstellung vorgestellt habe da hinten saugend verbaut moment ich mache nicht ein an saugend verbaut tatsächlich der smart roller m der firma refactory tatsächlich habe ich da hinten einiges umbauen müssen und es war wirklich ein akt dieses gerät da hinten rein zu bekommen aus dem einfachen grund weil diese easy box von kurve eigentlich dafür nicht ausgelegt ist die haben original da hinten eine ablage drin wo man watte drauflegen kann die davon dann alle zwei tage dann austauschen aber ihr wisst ja ich bin ein fauler mensch und ich habe eigentlich lange nach einem gerät gesucht tatsächlich hier nach dem smart roller der da hinten ist auch einer der wenigen der da reinpasst eine größere variante also der l passt da schon nicht mehr rein ich musste den querstieg wegnehmen ich musste die trennwand die da hinten drin ist hatte ich zuerst gedacht das passt denkste schätzchen also ich dann hinten das entsprechende rohr drangesetzt habe um das ganze anzuschließen ist tatsächlich ist mir aufgefallen ja da hinten sitzt ja noch die trennwand zum zur beruhigungskammer die ungefähr so dickes acryl hatte ja und dann bekommt mal im laufenden betrieb unter wasser diese acryl platte da raus also ich kann euch sagen raus geht schon mal gar nicht und jeder der mit dem gedanken spielt sich so eine box da hinzusetzen und dann filter fließfilter drin zu verbauen sollte das sich nach möglichheit vorher überlegen weil wenn das ding draußen steht geht es einfacher und ich bin hingegangen hatte noch eine flammen neue wasserpumpenzange die habe ich dann erst mal in osmose wasser gelegt und ausgekocht und gereinigt und getan gemacht und mit dieser zange bin ich dann hingegangen und habe dann hinten stück für stück ich gucke mal ob ich ja noch bilder von habe blende ich euch ein die acryl wand da rausgebrochen also acryl ist tatsächlich echt schwer kaputt zu kriegen man kann ein stück rausbrechen aber das ist ja nur ein stück und dann passiert nichts weiter es bleibt dann immerhin noch stabil das ist ja dann auch das geile hier das becken ist eigentlich unkaputtbar ähnlich sieht es da hinten mit diesem acryl aus was ich da rausgebrochen habe das waren immer nur so kleine stückchen und ich musste wirklich so weit runter weil es war der nächste punkt ich habe gedacht ja da und da ist der wasserstand wo ich hin muss den ich haben müsste damit das alles funktioniert und hatte tatsächlich vergessen dass hier ja noch eine rolle ist und zwar im höheren durchmesser wir sind jetzt ungefähr schon bei 40 prozent verbrauch seitdem ich den jetzt in betrieb habe und das ist mir dann aufgefallen als ich dann alles rausgebrochen hatte bis auf die richtige tiefe habe den natürlich ohne rolle da reingesetzt ständig und gedacht ja passt hast dann auch den richtigen wasserstand und weil ist ja auf der seite auf gedruckt wo das wo der wasserstand sein sollte damit das alles funktioniert und ja dann bin ich hingegangen habe das ding eingesetzt und dann komm baust du mal deine deine rolle ein und geht nicht so tief alles wieder raus die füße weiter nach unten gesetzt wieder rein ja das hat dann funktioniert dann habe ich den umlauf angestellt und ich hatte hier einige plätscher drin ich habe jetzt auch noch eine akustik da unten drin das hat aber damit zu tun dass das blende ich euch nochmal separat ein vom ventil zwei mal 90 grad bögen sind die auch noch zueinander verkürzen musste damit ich überhaupt den richtigen abstand habe um in die aufnahme vom becken reinzukommen ihr seht da hat jetzt gerade mal kurz drei zentimeter gezogen und was geht hier noch ab ach so kalzium wird nachgefüllt tatsächlich ist es so dass er jetzt mit einem geringeren wasserstand arbeitet da gibt es eine kleine stauklappe die ich zu machen kann und der wasserstand ist je nachdem wie das fließvolle ist geht innen drin höher und innen drin ist ein schwirmschalter dieser schwirmschalter wenn der ausgelöst wird 30 sekunden später habe ich eingestellt zieht er dann nur drei zentimeter nach man kann auch hingehen ich nehme euch noch mal kurz mit auf den rechner hier und momenten bildschirmaufnahme aufnehmen so da ist meine oberfläche wo habe ich den smart roller hier 46 prozent rest ist nicht ganz so richtig 25 tage soll es noch reichen aber die rolle da unten ist definitiv größer hier bei den einstellungen kann ich hingehen und die wickellänge definieren das heißt wenn der voll ist oder wenn das fließ voll gesetzt ist dann zieht er das nach was ihr wollt ich habe drei zentimeter gewählt aufgrund der tatsache weil wenn ich einmal komplett alles nachziehe was natürlich so nach und nach sowieso der fall ist dann sagt mir das ganze wasser was sie in dem filter gesammelt hat ins restliche technik becken und ich habe einen höheren wasserstand beim abschäumer beziehungsweise dann auch hier hinten beim bei der rückförderung und tatsächlich so dass ich meine maximale nachfülldauer hier von meiner wo ist sie da von meiner ato auf eine stunde stellen musste weil wenn ich wenn da der wasserstand steigt und nicht schnell genug nachgezogen wird weil es halt noch nicht dreckig genug ist dann ist so viel wasser im prinzip im filter drin dass er eine stunde lang nachfüllen muss so eine stunde lang 9 milliliter die minute ist mir gerade zu hoch blende ich euch ein ihr wisst kopfrechen schwach religion habe ich nicht ja und dann haben wir hier eine startverzögerung und eine erinnerung sieben tage bevor das ding dahinten leer ist wird dann dementsprechend eine warnung per push nachricht an mich geschickt ja lange rede kurzer sinn ich muss ganz ehrlich sagen bisher und da muss ich tatsächlich sagen bisher bin ich sehr zufrieden mit diesem gerät das tut was soll und das tut es sogar sehr sehr gut ich habe vor weihnachten mal gucken ob ich noch entsprechende videos finde hatte ich die komplette rückwand und die seitenwand hinten ja voll gewachsen mit kalkrotalgen und diese kalkrotalgen sah nicht schlecht aus das war war ein interessantes bild aber tatsächlich ist es so dass so wie es jetzt ist mit der dunklen schwarzen rückwand sieht es besser aus das becken die die farben im vordergrund leuchten sehr viel besser intensiver ja bin ich hingegangen und habe dann auch nachdem ich den boden gemacht habe ich gesagt kommt butterweite fische gehst du hin machst die rückwand noch eben und tatsächlich die rückwand ging sehr viel besser als ich es mir gedacht habe aber das becken war anschließend rot hatte einen leicht roten schleier das habe ich tatsächlich nicht einfangen können und das hat keine stunde gedauert da war das wasser wieder genauso kristallklar wie jetzt und das ist echt wahnsinn also ich habe ja vorher hieß es immer ja fließfilter etc pp ich werde es jetzt sehen ob er auch mir zu viel anderes material rausholt meine hoffnung ist ja dass mein nitrat sich senkt das werden wir bei der nächsten icp sehen die ich jetzt irgendwann in nächster zeit absenden werde ob sich was verändert hat aber fakt ist aufbau funktion bedienung ist für mich okay es gibt am markt definitiv geräte die einfacher zu bedienen sind der rollenwechsel einfacher gestaltet ist ja das mag sein aber tatsächlich passt es bei mir ja nicht rein und ich bin tatsächlich froh dass von der refactory das gerät so schön schmal und kompakt gebaut ist und dass ich das jetzt hier drin habe testen darf und euch darüber berichten kann wie es funktioniert ja was sagt der restliche bereich den ich hier habe smart tester tut tatsächlich das was er soll wirklich smart testen das phosphat wie ihr auf dem bildschirm seht ist bei 0,05 und ich habe ich glaube vor drei oder vier tagen habe ich es kontrolliert und lag ziemlich nah mit meinem hana checker dabei ich glaube es war eine 0,06 oder 0,07 war angezeigt und der hatte mir eine ich glaube lass mich nicht lügen 23, 24 angezeigt also das passte ich war ziemlich nah dran so dass die beiden nicht hundertprozentig sind und immer hundertprozentig übereinstimmen das ist auch so eine sache da möchte ich noch mal darauf hinweisen wenn ich zwei verschiedene messgeräte habe dann werde ich auch grundsätzlich immer zwei verschiedene messwerte bekommen ja das solltet ihr grundsätzlich im kopf behalten die geräte werden nie hundertprozentig gleich sein weil ihr habt sie nicht labortechnisch geeicht so wenn ich jetzt zwei labortechnisch geeichte geräte haben icps dann würde ich sagen okay dann kommen wir grob in die richtung was dieses gerät aber tatsächlich schafft ist immer mir den entsprechend groben anhalt zu geben wo es hingeht und genau das ist der plan der hinter der ganzen sache stand ich habe hier unten mein lantan stehen wenn der wert zu hoch geht über den wert von lass mich nicht lügen muss ich gucken gehen wir mal eben in die aktionen rein die ich programmiert habe hier genau über 0,01 äh 0,11 wenn der wert da drüber gibt dann gibt es eine lantanzugabe und äh sollte der wert zu niedrig sein was ich jetzt noch nicht programmiert habe was ich noch machen werde ähm weil ich jetzt hier noch äh tatsächlich Phosphat ähm ähm mein Hund fängt gerade hier mit dem Ball an zu spielen ähm Phosphat äh äh anschließen muss habe ich hier noch einen Kanal frei falls der Sand jetzt zu viel zieht dann kann ich die Untergrenze eingeben meinetwegen momentan bin ich bei einer 0,05 und ähm tatsächlich ist das naja ist das äh wo ist das Smart Tester Blindfisch ähm so der Bereich der toll ist ähm ja lassen wir ihn spielen wenn es im Hintergrund cringe das ist mein Hund ähm ja Fakt ist das funktioniert sehr sehr gut und das funktioniert auch dauerhaft was natürlich sein muss und was relativ oft äh alle 14 Tage gemacht werden sollte ist dass ihr hier halt hingeht und ähm diese Messkövette hier regelmäßig reinigt mit Zitronensäure so dann ist mir zu Ohren gekommen mache ich aber auch nochmal ein separates Infovideo zu dass viele beim Reinigen oder ähm Neuinstallieren von neuen äh Kartuschen die Problematik hatten dass in der dritten äh Kartusche das Ganze nicht erkannt wurde das hat in der Regel damit zu tun dass diese Tropfer hier mache ich auch mal eine Detailaufnahme ähm nicht in einer Linie mit der Lichtschranke sind das heißt wenn die nur einen halben Millimeter oder so außerhalb der Lichtschranke sind dann kann es sein dass die Lichtschranke nicht merkt dass da ein Tropfen runter geht und wenn die das nicht merkt dann behauptet das Gerät im Endeffekt ähm ja ich kann nicht feststellen ob da was passiert also wurde nicht gereinigt oder was auch immer na ich hatte doch angestellt ja auch dauerhaft ähm das ist mir tatsächlich auch passiert und ähm solltet ihr mal drauf achten werde ich aber noch wie gesagt ein separates Video mit Detailaufnahmen etc. machen also ihr müsst dann tatsächlich an diesen Silikonschläuchlein ein kleines bisschen rumfrickeln und ähm gegebenenfalls wieder in die richtige Richtung drücken dass die alle in einer Linie zu dieser Lichtschranke sind nur dann kann das Gerät tatsächlich feststellen was Phase ist ja was ist noch passiert ach ja hattet ihr gerade eben gesehen ähm Smartfeeder da oben ich habe den Smartfeeder installiert und ähm habe da Drogenfutter von der Firma Tropic Marine drin nein hier ähm blende ich euch mal kurz mit ein ähm das ist dieses Futter was die Fische beruhigen soll so ähm wird von meinen Tieren sehr sehr gut angenommen ähm ich glaube es ist Hanfextrakt oder ähnliches drin äh wie gesagt ich blende es euch nochmal separat ein es wird sehr sehr gerne genommen ähm warum ich das unter anderem auch nehme es hat genau die richtige Größe um über den Smartfeeder tatsächlich sauber verfüttert zu werden ihr seht es hier hier steht 261 Tage Restzeit mit dem Futter was ich da habe äh äh der Behälterinhalt ist momentan 44,8 Gramm und mit jeder Fütterung das wird äh tatsächlich bei der Installation ähm ähm ausgewogen also wenn man die entsprechende Größe eingestellt hat wird das ausgewogen und mit was mit jeder Fütterung reingeht und somit kann das Gerät sagen ich habe noch so und so viel drin ich komme noch so und so lange hin und äh so und so viel ist dementsprechend reingegangen so jetzt habe ich natürlich über den Smartfeeder die Möglichkeit tatsächlich mehrere Fütterungen aus der Entfernung zu machen das war eigentlich der ursprüngliche Plan um mein Phosphat nach oben zu treiben wenn ich jetzt meinetwegen im Urlaub bin ähm da ich aber jetzt den Sand drin habe werde ich erstmal mit äh dem Nutriton C äh P arbeiten um mein Phosphat hoch zu kriegen gleichzeitig wenn ich zu viel fütter habe ich natürlich auch wieder Material was ich hier in meinen Sand reinsetzt und äh da unten drin sich reinsetzt und äh vor sich hin gammeln kann und das ist eigentlich eine Sache die ich eigentlich auch nicht gerne machen möchte die ich jetzt nicht haben will Entschuldigung ähm von daher fällt das mit dem zusätzlichen Füttern um den Phosphatwert anzuheben erstmal flach grundsätzlich ist es so fütterungstechnisch bin ich so im Moment dabei komme ich jetzt nicht dran meine Würfel blende ich euch separat mit ein ähm löse ich auf spüle sie sie tatsächlich im Moment nicht durch und gebe sie so nach und nach über den gesamten Abend äh hinzu erste Fütterung die ich mache ist hier tatsächlich ähm um 15 Uhr wenn ich hier den Zeitplan euch mal separat ein blende ich kann mehrere Fütterungen machen ich kann sagen äh der soll sich nur einmal drehen oder der soll sich mehrmals drehen ähm das ist jetzt halt auch auch das Schöne dass man sich das einstellen kann und diese Anzahl der Fütterungen wie oft der drehen soll oder ob ich dann noch entsprechende äh weitere Fütterungen über den Tag einfügen möchte ist eigentlich eine ziemlich geile Sache und äh man sollte halt drauf achten dass man das Ding nicht so voll macht ich hab Schauergeschichten im Netz gehört dass äh die ganzen Einheiten reingefallen sind oder da hat meiner Meinung nach irgendwas ähm entweder nicht richtig zusammengesteckt ist äh nicht richtig zusammengesteckt worden oder die Behälter waren zu schwer oder die Aufnahmen waren nicht ganz in Ordnung das sollte man grundsätzlich natürlich überprüfen ähm wie gesagt Video zum Smartfeeder kommt auch noch äh ist schon fertig ist in der Pipeline ähm aber momentan habe ich so viele Videos fertig ich kann nicht alle gleichzeitig bringen also ich werde die jetzt der Reihe nach raushauen äh in den nächsten Wochen und äh deshalb ja das schon mal als Vorab-Info ja kommen wir zu dem was noch passiert ist und zwar KH-Keeper ähm hab ich sie hier ne hab ich nicht hab ich tatsächlich schon weggelegt und zwar äh ist mir beim KH-Keeper tatsächlich äh hatte ich Probleme gehabt in der Form dass ich wahrscheinlich meinen Behälter den ich da unten habe nicht hundertprozentig gespült habe behaupte ich jetzt mal weil was ist passiert der hat mir immer wieder ähm Messungen rausgeschmissen die tatsächlich nicht ähm in Ordnung waren so jetzt lassen wir mal schauen ob wir hier gucken können ne das passt nicht passt nicht passt nicht da muss ich in die Übersicht und mir einen größeren Zeitraum von einem Monat holen mal gucken ob er das jetzt macht hehehehe da da ist er und zwar haben wir hier wo ist denn dieser Superwert tatsächlich nicht eingetragen weil er halt so tief war da hat er mir zwischendurch teilweise eine ähm 6,8 rausgeschmissen und dann ging es dann 6,8 oder so dann ging es dann natürlich der Schwellenwert damit er bei mir neu misst ist tatsächlich ähm 0,5 das heißt wenn wenn das System eine Schwankung von mehr wie 0,5 hat misst es neu das habe ich so eingestellt Entschuldigung äh und ähm tatsächlich ist der hingegangen und hatte ich mehrmals hintereinander ähm Messungen gehabt die so tief runter gingen und okay das Becken steht gut aber dass innerhalb kürzester Zeit zwischen der einen und der anderen Dosierung von äh 7,5 dann runter auf äh 6,8 oder 7,0 runter geht kann eigentlich nur zwei Ursachen haben entweder das Messgerät hat einen weg oder die Nachfüllung funktioniert nicht so letzteres ist jetzt so gestaltet dass ich ich arbeite ja mit den verdünnten Essentials ähm da kann nichts passieren die entsprechenden Schläuche sind sauber verlegt da sind keine Knicke drin blieb eigentlich dann nur der KH-Keeper über ja was ist passiert und zwar ist es so dass hier die Spitze die ich hier dran habe tatsächlich äh ähm vorne so fein war und dass ich wahrscheinlich in meinem Behälter da unten den ich zwar ausgespült habe aber noch irgendeinen Rest drin hatte hat sich in die Spitze reingesetzt das heißt es kam nicht mehr die Menge an ähm ähm äh 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 an Reagenz beziehungsweise ja an Reagenz dadurch und somit hatten wir eine Fehlmessung so das habe ich zum Glück dann aufgrund der Tatsache dass ich ja jetzt zu Hause war gezwungenermaßen äh festgestellt habe mir das angeguckt habe dann die Messung genau zu dem Zeitpunkt nochmal neu laufen lassen und gesehen ja da könnt ihr überhaupt nichts raus ja und ähm oder da kam nur minimals was raus nicht die Menge die eigentlich kommen sollte ja lange Rede kurzer Sinn Spitze ausgetauscht Gerät neu eingerichtet weil äh dann haben wir ja komplett andere Werte dann hat sich dann halt auch angeboten die pH-Sonne zu kalibrieren äh und die beiden Pumpen neu zu kalibrieren Gerät neu eingestellt und wie ihr seht wir sind jetzt spitz auf Knopf heute sogar von der letzten Messung zur dieser Messung eine Plus Minus Null das ist schon mal sehr gut äh jetzt habe ich hier wieder einen Monat drin stehen ich will aber nur heute haben äh äh funktioniert also das Ganze ja gehen wir weiter im Geschirr äh in der Reihe weil es hat sich ja noch mehr getan äh Entschuldigung bitte wir haben hier ja die entsprechende ATO von der ich gesprochen habe wir haben also sprich ähm Refactory hat die äh den Level Keeper auf einen anderen Stand gebracht und zwar ist sind hier zwei Level Sensoren dran angeschlossen ähm und da drüber wird dann jetzt aufgrund des größeren Schlauches der jetzt hier drin eingebaut ist ähm wird das Wasser nachgefüllt so jetzt haben wir jetzt nicht so eine Hochdruckpumpe wie wir sie beim Osmolator 3 haben ähm sondern wir haben eine Dosierpumpe die auch über einen gewissen Bereich drücken kann ob die jetzt auch 6,5 Meter schaffen würde lasse ich jetzt mal dahingestellt aber äh oder 6,2 Meter wie beim Osmolator 3 ähm Fakt ist das ist eine sehr leise Pumpe man hört natürlich dass die arbeitet ähm wenn ich sie jetzt zum Beispiel einschalten würde wie sie sehen sehen sie nichts ich gehe mal auf manuelle Nachfüllung und sag mal 10 Milliliter und man hört dass da eine Pumpe arbeitet ja so jetzt ist es aber tatsächlich so egal was ich für ein Nachfüllsystem habe in irgendeiner Form hört man es immer hier ist es jetzt so dass das ganze äh das ging aber zügig die schafft halt ein bisschen mehr wie ähm ich glaube 61 Milliliter die Minute schafft die müsste ich nochmal einblenden aber das System funktioniert ziemlich gut hatte ich jetzt natürlich allerdings auch die Probleme ähm die maximale Nachfülldauer korrekt einzustellen ja ich habe jetzt hier tatsächlich 50 Minuten drin weil das was sie in 50 Minuten theoretisch bei einem Fehler äh da reinpumpen könnte ist marginal im Vergleich zu dem äh ich sag mal was eine normale Pumpe eine normale Förderpumpe in so einer Zeit machen könnte deshalb ist auch beim Osmolator 3 eine maximale Dauer von 10 Minuten eingestellt fest hier kann ich es einstellen weil wenn ich jetzt zum Beispiel hätte ich den äh Fließfilter jetzt nicht drin könnte ich die Zeit runtersetzen aber bei mir schwankt der Wasserstand aufgrund des Fließfilters relativ äh viel also ungefähr so viel auf die beiden Kammern weil das ist ja die vordere Kammer und die hintere Kammer die ich da habe und ähm Entschuldigung ähm da ist dann halt eine gewisse Wassermenge die halt nachgearbeitet werden muss tatsächlich sieht es im Moment bei mir so aus ähm dass ich recht gut ähm Nachfüllhistorie hier also zwischen 4,5 und 3 zwischen 3,8 und 4,5 Liter liege äh circa gehen wir mal in die ins Dashboard da sieht man das glaube ich besser äh müsste ich mal gucken ob das tatsächlich besser zu sehen ist weiß ich jetzt gar nicht wenn ich auf 7 Tage gehe das Schöne an der ganzen Sache ist äh in 7 Tagen habe ich jetzt 26 Liter bisher verbraucht ähm ne das lässt sich hier tatsächlich besser sehen was ich dann gehen wir hier unten mal hin da könnt ihr sehen 4,5 Liter 3,8 Liter 5,4 Liter also so im Dreh liege ich dann so ungefähr das ist tatsächlich tagesformabhängig was habe ich hier für eine Temperatur wie habe ich gelüftet et cetera aber das zeigt das Ding schon ziemlich gut und ziemlich genau an ähm bin ich mit zufrieden wie gesagt ich muss da auskaspern wie lange sie nachfüllen soll aber ansonsten läuft das wunderbar Level Sensoren sind drin also Magnet Schalter Sensoren nicht äh wie beim Osmolator 3 dass es optisch läuft sind also auch Geräte die man regelmäßig warten muss damit man äh weiß dass sie auch gut weiterhin funktionieren äh ja noch ein Ding haben wir und zwar hier ist die ähm Dosing Pump CR CR steht für Calcium Reaktor jetzt werden alle sagen hä was soll denn dat richtig was soll dat aufgrund der Tatsache der beiden Messgeräte die hier blende ich euch auch mal eben kurz ein ihr Abwasser aus dem äh oder ihr Brauchwasser komplett entsorgen weil ich das Wasser jetzt nicht mehr zurückführe ähm ins Becken sondern tatsächlich komplett entsorge muss ich ja in irgendeiner Form ähm Wasser wieder zurückführen in mein System und das tue ich tatsächlich über die Dosing Pump CR ähm ich gebe hier eine entsprechende Menge an Wasser vor steht hier unten drunter 172,8 Milliliter äh ist tatsächlich das was ich momentan zurückführe warum so wenig ähm weil ich das Wasser was ich hier drin habe hier hinten in meinem 5 Liter Behälter ähm doppelt so hoch konzentriert habe lässt sich mit dem AO ja sehr leicht machen also sprich ich setze äh 10 Liter an nehme mir aber Absolute Ocean für 20 Liter also habe ich die doppelte Konzentration pack die da hinten rein und kann dann hier über die CR Pumpe über den ganzen Tag langsam aber sicher das Wasser nachführen und wie man dann im Endeffekt sieht mein Salinity Guardian sieht relativ gut aus haha spitz auf Knopf 35,0 und ähm das ist Sinn und Zweck der CR hier im System kann man natürlich anders machen ich könnte auch hingehen ich habe da unten ja zwei Behälter AO das ist äh Absolute Ocean für den Notfall die muss ich auch wieder auffüllen weil ich nämlich neulich angeglichen habe ähm die sind noch tatsächlich hier über die normale X3 angeschlossen da könnte man das drüber auch machen und sagen okay ich mache eine Dosierung von AO direkt ins Wasser äh das ist ja kein Problem das funktioniert wunderbar damit kann man hervorragend arbeiten wenn man sich dann ausrechnet wie viel AO ich äh äh reinpacken muss um meine Differenz von dem entnommenen Wasser am Tag ähm ähm auszugleichen dann brauche ich natürlich kein frisches Salzwasser anzusetzen also die beiden Möglichkeiten habe ich tatsächlich wenn ich jetzt hier äh äh im Endeffekt äh einen Alarm den ich mir einrichten muss ähm ähm bekomme ist leer und bin jetzt gerade nicht zu Hause weil ich es verpeilt habe diesen 5 Liter Kanister Behälter äh dahinten aufzufüllen dann kann ich immerhin noch hingehen und sagen okay ich habe meine AO Behälter hoffentlich nachgefüllt ähm ähm habe meine AO Behälter da unten ähm kann da drüber dann dementsprechend Material noch zugeben also ihr merkt ähm es ist viel Technik hier verbaut viel Absicherung drin ähm um mir das Leben zu erleichtern andererseits aber auch um es natürlich euch zu zeigen wie es funktioniert was man damit machen kann und ja alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen habe ich noch irgendwas vergessen jetzt was ich hier verbaut habe ihr seht da unten Reflab äh Reflare Bar 2 da kommt auch noch was da bin ich noch dran ähm ja tatsächlich ist jetzt eigentlich nichts weiter war ja auch jetzt lang genug ich glaube das wird ein Zweiteiler geworden so lang wie ich jetzt erzählt habe ich mache mal eben das Video hier aus alles in allem läuft das Becken eigentlich ziemlich stabil meine wie gesagt die Probleme die ich jetzt mit dem KH-Kieber hatte die waren wahrscheinlich hausgemacht ähm weil ich weil da vielleicht in irgendeiner Form was unten drin war aber Fakt ist jetzt funktioniert es also die Küvette da unten beziehungsweise die Spitze die ich jetzt dran gemacht habe funktioniert sehr gut und ähm auch der KH-Keeper selber macht sein Ding den muss ich nicht mehr so oft reinigen wie ich es von dem alten Plus her kenne mit der alten Sonde mit der Plastiksonde also die Glassonde die jetzt hier dran ist ist tatsächlich äh sehr viel besser und auch von von der pH-Messung her habe ich ja auch noch zusätzlich hier drin pH-Meter 8,25 ist auch eine äh ihr seht es nicht Entschuldigung ich nehme es nochmal auf so ähm 8,25 ist jetzt hier angezeigt und wenn ich jetzt hier oben wechsel auf mein Tunze 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 ja 8,30 ja also 0,05 ist da jetzt eine Differenz drin ähm ich vermute mal ich habe den jetzt anderthalb Wochen nicht mehr gereinigt wenn ich da jetzt wahrscheinlich drüber gehen würde dann würde der wahrscheinlich auch wieder höher gehen weil wenn sich da eine gewisse ich sag mal Schicht drauf bildet dann wird der pH niedriger angezeigt Entschuldigung dann wird der pH niedriger angezeigt und ähm tatsächlich ist die pH-Sonde von Tunze noch nicht so lange drin wie jetzt die pH-Sonde von Reefactory aber als ich sie installiert habe waren sie tatsächlich beide spitz auf Knopf werde ich jetzt gleich nochmal äh in Angriff nehmen werde dann beim nächsten Live dann sehen ja aber wie gesagt lange Rede kurzer Sinn viel ist passiert viel wird noch passieren vorausgesetzt ich komme dann endlich mal wieder auf die Beine und äh ja ich sehe gerade es ist wirklich lang geworden also alles in allem das Becken steht gut da es ist viel passiert ich habe viel geändert es ist viel an Technik hinzugekommen was zu überwachen und zu kontrollieren ist aber ich sag mal das Becken spricht für sich ich habe Wachstum ich habe brauchbare Farben ok Farbintensität könnte hier und da vielleicht noch ein bisschen besser werden werde ich mich dann jetzt in nächster Zeit mal mit den ICPs drum kümmern gucken wo was fehlt oder ob irgendwo was zu viel ist kommen wir dann beim nächsten Mal hinzu weil ich habe es tatsächlich bisher noch nicht geschafft die ICP liegt da oben am Kühlschrank ich habe es aber noch nicht fertig gemacht ja ich hoffe euch hat es gefallen war lange und ähm solltet ihr noch Fragen Sorgennöte unsinnige Anträge haben wie gesagt die entsprechenden Videos von Tunze in Bezug auf Pumpe Aquavint Smart Controller sind in der Pipeline Osmolator 3 damit fangen wir an weil der ist ähm schon auch bei ähm bei Thorsten verbaut weil hier habe ich ja keinen Platz für das Gerät ähm was haben wir noch Smart Feeder kommt noch das Tagebuch jetzt etc. pp also lange Rede kurzer Sinn es ist noch einiges in der Pipeline ähm es reißt nicht ab und spätestens auf der Messe wenn ihr Lust habt bei der Reefmania am 10. und 11. war es glaube ich ähm können können wir uns mal persönlich sehen also ein Meet & Greet wie es so schön heißt ich werde definitiv beide Tage da sein zusammen mit Thorsten ähm werde mich wahrscheinlich relativ äh oft bei der Reef Factory rum treiben und ja alles in allem wünsche ich euch noch einen schönen Tag Abend oder Nacht oder wann auch immer dieses Video hier geschaut habt ähm wie gesagt sollte noch irgendwas sein schreibt es runter in die Kommentare Däumchen nicht vergessen bis zum nächsten Mal ich zähle auf euch Euer Viper tschau 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 Vielen Dank.